Hi! In diesem Beitrag geht es um die Frage, was sind deine Stärken? Das Erkennen der eigenen Stärken ist ein Zwischenschritt hin zu den eigenen Zielen, um die es in dieser kleinen Beitragsreihe eigentlich gehen soll. Bevor wir uns also einer Methode widmen werden, wie sich die eigenen Stärken erkennen lassen, gibt es eine kurze Orientierung zum Woher und Wohin. In den ersten beiden Schritten haben wir geklärt, was und wozu provisorische Moral ist und was Werte sind, insbesondere persönliche und soziale Werte. Dazu zogen wir im Raum unendlicher Möglichkeiten einen Handlungsrahmen auf, in dem wir uns moralischer und vernünftiger Weise bewegen sollten. Diesen Rahmen geben die Werte Ehrlichkeit und Fairness vor. Als ehrliche und faire Menschen können wir uns guten Gewissens die Freiheit nehmen, im gegebenen Rahmen, mit den eigenen Prioritäten – das sind die Werte, die uns persönlich wichtig sind – eine Vision auszumalen. Nun sind viele Menschen zufrieden damit, das unbemalte Bild unserer gemeinsamen Werte einfach an die Wand zu hängen, niemandem Böses zu tun und das Leben zu genießen, solange es eben dauert. Diese Menschen waren ganz am Anfang gemeint, als ich mich im Beitrag ein Ja, das dein Leben verändern kann, korrigiert habe. Nicht jeder Mensch muss die Fragen nach den eigenen Werten, Stärken und Zielen für sich beantworten. Wer mit den eigenen Werten schon zufrieden ist, prima. Wir sind jetzt hier fertig. Tschüss. Manche Menschen sind aber nicht ganz so genügsam. Die wollen nicht nur sein, sondern werden, wollen etwas anstreben, wollen das Bild weiter ausmalen – bildlich gesprochen. Bevor wir uns aber daran machen, im gegebenen Rahmen, den Grundwerten, mit den gegebenen Farben, also unseren persönlichen und sozialen Werten, die eigene Vision auszumalen, also unseren Zielen Ausdruck zu verleihen, macht es Sinn, einmal zu schauen, welche Mittel sich für uns denn anbieten, diese Ziele dann auch zu erreichen. Denn vielleicht liegt es dir schon auf der Zunge, ich kann ja gar nicht malen. Es geht hier nicht ums Malen, es geht um deine Stärken. Und wenn Rumheulen eine davon ist, dann weißt du jetzt auch, warum wir nach dem Plural suchen, denn Rumheulen alleine bringt ja nicht weiter. Mit Stärken sind bestimmte Fähigkeiten gemeint. Davon haben alle Menschen an sich erst mal unwahrscheinlich viele. Doch sie sind kunterbunt verteilt und unterschiedlich stark ausgebildet. Anpassungsfähigkeit zum Beispiel, also spontan und aus dem Bauch heraus zu reagieren und zu reden, die ist bei mir nicht besonders ausgeprägt. Darum mache ich keinen Livestream, sondern ein Video, wo ich in aller Ruhe meine Skripte vortragen kann. Natürlich könnte ich versuchen, Livestreams zu machen, aber solange sich bei dem Gedanken alles in mir sträubt, würde ich da als nervös-zittriger Zauderklaus im Endeffekt meine Energie verbrennen. Ganz einfach, weil ich gegen meine Schwächen ankämpfen, statt meine Stärken nutzen würde. Es ist absurd, wie häufig wir das tun – auch, weil es von uns erwartet wird – Schwächen überwinden. Wie viele Stunden werden nicht in Mathe-Nachhilfe oder Tanzkurse investiert, ehe sich Eltern oder Paare eingestehen? Dieser Mensch hat's einfach nicht so mit dem Rechnen. Oder Rhythmusgefühl. Der meistgesehene TED-Talk aller Zeiten handelt genau davon – Talente oder Stärken, Erkennen und Fördern. Das Video zu diesem TED-Talk ist unten verlinkt, und hier mal ein Zitat daraus. Das gesamte System der öffentlichen Bildung weltweit ist ein in die Länge gezogener Prozess der Eintrittsprüfung in die Universität. Daher denken viele hochtalentierte, brillante, kreative Menschen, dass sie es nicht sind, weil ihr Talent in der Schule nicht wertgeschätzt wurde. Wie gesagt, rumheulen bringt nichts. Ob du noch zur Schule gehst oder sie lange hinter dir hast, gib nicht dem System allein die Schuld dafür, dass deine Stärken nicht zum Zug kommen oder du sie gar nicht kennst. Dafür kannst du mir die Schuld geben, wenn ich hier fertig bin. Aber bedenke, nur weil du auf die Schuldfrage eine Antwort gefunden hast, heißt das ja nicht, dass es auf die Stärkenfrage keine Antwort gibt. Christlich gesprochen, du kannst den Osterhasen grillen, aber lass nicht die Eier in den Verstecken verrotten. Das Schöne an der Beschäftigung mit den Stärken ist, dass sie viel mehr Spaß und Motivation bringt, als der ewige Kampf gegen die Schwächen. Das Schwierige an der Beschäftigung mit den eigenen Stärken ist, sie zu finden oder zu erkennen. Du kannst natürlich Verwandte oder Bekannte fragen, auf das sie dir mal ehrlich sagen, wo sie deine Stärken sehen. Du kannst dir aber auch selbst Fragen stellen. Im Wesentlichen zwei Stück. Was machst du gut? Oft sind es Dinge, über die wir gar nicht nachdenken, die uns im Vergleich zu anderen leicht fallen. Versuche mal, dir dieser Dinge bewusst zu werden. Wenn du noch zur Schule gehst, kann dabei ein Blick aufs Zeugnis helfen. Du hast eine 1 in Mathe, dann scheint Rechnen ja was für dich zu sein. Und eine damit verbundene Fähigkeit, wie zum Beispiel analytisches Denken, ist eine deiner Stärken. Was machst du gern? Mit dem, was du gern machst, bildest du automatisch deine Stärken weiter aus. Andersherum, wenn du etwas nicht gerne machst, wirst du darin nur schwerlich Stärken entwickeln. Nun findet sich bestimmt ein Neumal klug mit der Meinung oder auch Erfahrung. Klar kann ich in etwas gut werden, das ich hasse. Ja sicher. Ich hoffe nur, du machst diese Sache nicht bloß, um so Jockeln wie mir zu beweisen, dass sie falsch liegen können, denn das Wissen so Jockel wie ich sehr gut. Und naja, die Joke is on you. Apropos Stärken. Die hier hat keiner mehr. Kleiner Lichtwechsel. Die Frage, was du gern machst, scheint nicht immer gleich auf deine Stärken hinaus zu laufen. Wenn das, was du gern machst, zum Beispiel Netflixen ist, am liebsten 24-7 mit Pizza im Bett. Tja, was dann? Ehrlich gesagt würde ich diese Antwort gar nicht gelten lassen, denn Binge-watchen hat so viel mit Machen zu tun, wie ein Serien-Marathon mit einem Marathon. Mit Machen ist ja eine aktive Tätigkeit gemeint, kein passives sich berieseln lassen. Insofern spielt Zocken in einer ganz anderen Liga als Bingen, denn beim Gaming geht's durchaus darum, etwas zu machen, zu agieren, zu interagieren. Davon lässt sich ganz einfach auf mögliche Fähigkeiten und Stärken schließen, sei es strategisches Denken oder Reaktionsfähigkeit. Also noch mal, was machst du gern? Jetzt mit Blick auf die zugrunde liegende Absicht. Wenn du gern Netflix schaust, um Filmkritiken zu schreiben, dann zeugt das von einem Faible für hermeneutisches Denken, also dem Deuten und Interpretieren von Bildern und Geschichten. Das ist eine Stärke, die du auf vieles andere anwenden kannst. Wenn du gerne Serien schaust, um mitreden zu können, dann liegen deine Stärken womöglich in der Kommunikation oder Vernetzung. Wenn du was auch immer schaust, einfach nur um rumzugammeln, dann wird's schon schwieriger. Vielleicht wurde dir ja eine Karriere als Model in die Wiege gelegt. Einfach mal den Bildschirm durch einen Spiegel ersetzen, hin und wieder die Position wechseln und dein Potenzial abschätzen. In jedem Fall hier eine Methode zum Erkennen deiner Stärken. Schritt 1 – Ableiten. Leite aus den Tätigkeiten, die du gut und oder gerne machst, die Fähigkeiten ab, die diesen Tätigkeiten zugrunde liegen und die deine Stärken enthalten können. Als kleine Denkhilfe gibt's im Blog eine Liste mit möglichen Stärken im Überblick, die ist unten verlinkt. Schritt 2 – Loslegen. Leg deinen Fokus auf diejenigen Fähigkeiten, die du zu Stärken ausbilden willst. Das kannst du tun, indem du die Tätigkeiten, die dir leicht fallen oder die du sowieso gerne machst, fortan bewusster machst, oder indem du etwas Neues ausprobierst, indem die Fähigkeiten zum Einsatz kommen, die sowieso in deinem Handlungsspielraum liegen. Weitere, wirklich gute Tipps zum Thema Stärken erkennen, gibt es in einem Video von der Glücksdetektiven Katharina Tempel, das ist unten verlinkt. Sich zunächst über die eigenen Stärken im Klaren zu werden und dann erst Ziele zu stecken, erhöht ganz einfach die Chancen, diese Ziele auch zu erreichen. Und das trägt ganz nebenbei auch zu deinem Selbstwertgefühl bei. Kommen wir damit zur nächsten und letzten Frage in dieser Reihe. Was sind deine Ziele? Dazu gibt's einen eigenen Beitrag, der unten verlinkt. Doch bevor du dich dem widmest, mach deine Hausaufgaben und beantworte für dich die Fragen nach deinen Werten und deinen Stärken. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.